Von diesen Profitanzern lernen die Let's Dance Stars in der 14. Staffel Let's Dance 2021 kann endlich starten Die Let's Dance Fans sind schon fleißig dabei, die diesjährigen Promis unter die Lupe zu nehmen Und jetzt stehen auch endlich diejenigen fest, die Jan Hofer, Auma Oba das Tanzen beibringen Im Video zeigen wir alle Profitanzer, die 2021 bei Let's Dance dabei viel neue Gesichter unter den Profis 2021 geben 4 Profitanzer ihr Debüt auf dem Let's Dance Dance Packet ab Patrice Abelosova, 25, Alexandro Ione, 26, Monika Zuni, 29, Basia Zuni, 29, sind mehr als bereit Alles aus ihren prominenten Tanzpartnern-Hörer und am Ende vielleicht in der Fußstapfen von Leli Paul Roncalli und Massimo Sinato Dem Gewinnerpaar von 2020, zu treten Hier stellen sich die vier Profis genau Das sind alle letzten Last